Musik Was meinst du? Willst du wissen, wie wir das gebastelt haben? Ja! Hä? Ja! Gut! Dann zeigen wir dir das! Ja! Und jetzt hier bin ich noch nicht ganz schliessig. Ich glaube, ich mache so etwas auch. Es gibt Lärme. Was umkehren? So! 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 Weisst du auch. Man sieht zwar alles nicht mehr nachher. Aber irgendwo durch, hätte ich keine Puppe auch gehabt, wäre vielleicht sauber sein. So! 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 Ich muss im Grunde noch 10 bis Millimeter weiter arbeiten. Ah! Es stäubt. Es stäubt. Es stäubt. Es ist gut. Es ist gut. Es sieht mir aus. Es stäubt. Es ist gut. Das war's für heute. Ups! Ups! Das war chaotisch hier, hierher, hierher. Ah, da ist es. Den muss ich haben. So. So. Dann müssen wir mal. Oh, shit. Weisst du, abtönen kann ich es immer noch. Aber die Haare sind ein wenig heller als es jetzt ist. Oh, shit. Ah, shit. So. 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 Wolfgang, jetzt kommst du den heissen Kopf. Das ist nicht schlecht. Und ein wenig popenmässig darf es eben schon noch aussehen. So. 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 So sieht es schon ganz anders aus. Jetzt muss er eben, weisst du, er hat eine relativ dicke Brille. So. 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 So, so. Finge nicht so, den Abit. Das Problem, ja, 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 jetzt habe ich es gesehen, das ist schon besser, jawohl, das war genau das, was das war, vielleicht auch noch ein bisschen, da geht es uns besser. So. So. Super ist sie gleich neu drüber. So. 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 Ich habe es nicht geleitet, ich muss Läufe. Da habt ihr euch schon mal angelegt. Ja, ich habe es noch nie gesehen. Es hat einen sehr breiten Schlüssel. Bist du Friedenwitz im Kopf? Ja, das fangen wir mal an. Ja, super. Ja, ist gut. Ist gut, doch. Der Brille ist gut. So, jetzt probieren wir die Hunde zu tun. Ich habe nämlich dann festgestellt, es ist aus Holz und nicht irgendeine Stoffpuppe, die man irgendwie noch ein bisschen vor und zurück quetschen. Oh, der hat ein bisschen weh, wo du schon das Bruchte zählen müssen. Die ist so super. Aber das Ding über die Schuhe, das Problem hast du auch. Ich musste nichts aufholen. Auch ein klein kleines. Ja, die auch. Das ist mega cool. Mega cool. Mega cool. Der wird danach auch denken, jetzt ist auch klar. Warum hat die mich immer gefragt? Kannst du jetzt mal deine Kleider räumen? Kannst du jetzt mal bitte deine Kleider räumen? Warte, da fehlt doch noch etwas, oder? Hast du jetzt hier schon einen da? Ja. Ich weiß nicht, wenn man das geliebt hat. Man könnte es schon liegen. Der Papa ist gesund. Ja, so ist es so ein bisschen. Ein bisschen. So. Ich stelle sie zum Leben. Ja. Das war ja auch. Also, so heißt es so heilig. Lockere Karli. Ha, mit der Jackli. Das Jackli ist super. Also, ich bin begeistert. Ja. Ich bin begeistert. Ja. Ich bin begeistert. Ja. Es hat schon Spaß gemacht. Aber in der Zwischenzeit hatte ich schon ein bisschen Angst, ob ich sie überhaupt auf die Reihe bringe. Nein, das hast du gesagt. Ja. Was? Die Jacke wird sofort erkannt. Das T-Shirt auch. Das. Das will er nicht. Das ist so. So lässig wird der Wolfgang von der T-Shirt. Ja, jetzt haben wir eine schöne Szenerie. Ja. Okay. Hey. Hey. Oder ist denn basketball? Pretty many of us長ilo. Programmierische Karliens. Bis zum nächsten Mal. bush anything! Das istdlesbrung.